Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Alther-Podcasts. Heute mit einer Stimme, einem Gesicht, falls ihr auch per Video schaut. Übrigens gibt es diesen Podcast nicht nur auf Spotify, sondern auch auf YouTube mit Bild und Farbe, um unseren heutigen Gast zu sehen. Die meisten von euch kennen ihn, Severin Gieswein. Herzlich willkommen im Alther-Podcast, Severin. Super, ich freue mich sehr, hier zu sein. Grüße gehen raus an dich und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich. Es ist an der Zeit, mit dir wieder ein bisschen Tacheles zu sprechen, ein bisschen über Uhren zu sprechen. Du bist bei Alther ein Household Name. Du bist quasi, ich will fast sagen, Mitgründer des Marketing Teams. Ja, das stimmt sogar fast. Mann der ersten Stunde auf jeden Fall, hat viel gesehen, hat sich viel entwickelt. Aber heute den meisten wahrscheinlich auch über den Sekundenstopp, den vor drei Jahren ins Leben gerufenen Newsletter, in dem du die Industrie behandelst. Für den ihr euch natürlich übrigens einen Link unten in der Beschreibung anmelden könnt, um da nichts zu verpassen, um alle News zu bekommen. Mit ein bisschen Prise Meinung vom Severin dazu, der immer das Ganze gut moderiert. Aber auch der Sprechstunde, die dann auch per Live-Video auf YouTube passiert mit dir. Also kein Unbekannter hier in der Community. Aber in den letzten Monaten war ein bisschen viel los bei dir. Erzähl doch mal, gib doch mal ein kleines Update an uns, was so auch an der privaten Front bei dir passiert ist. Einfach um reinzukommen. Und wenn du einen Wrist-Check machen kannst, dann... Ja, dann starten wir doch mal mit einem Wrist-Check. Und ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht durch den Bildschirm gesteinigt, aber es ist eine Apple Watch an meinem Arm. Und die hat sich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen so ein bisschen zu meiner Go-To-Alltags-Uhr entwickelt. Ich hätte mir aus freien Stücken, weißt du ja, eigentlich nie eine gekauft. Ich habe meine erste ja sogar verkauft. Aber jetzt hat sich ein guter Freund von mir, Grüße gehen raus an der Stelle, hat sich die neue Apple Watch Ultra 2 zugelegt und hatte dann hier seine Series 7 abzugeben für unfassbare Konditionen und hat mich gefragt. Und ich habe dann gesagt, jo, das Ding nehme ich mit. Und das begleitet mich jetzt ein bisschen durch den Alltag, ist aber eher eine Spielerei als alles andere. Aber ja, du hast es schon so ein bisschen angeteasert. Bei mir hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Für diejenigen, die es nicht wissen, die meisten sollten es wahrscheinlich, Ich bin hauptberuflich, wenn man so möchte, Medizinstudent aktuell noch, muss man sagen. Denn ich bin heute auf den Tag in 29 Tagen, bin ich Arzt. Also es geht in großen, großen Schritten aufs Ende zu. Und ich schreibe seit März meine Staatsexamen und habe alle vier bis fünf Wochen eine große Prüfung mit mündlichen, praktischen, schriftlichen Teil. Und das frisst mich einfach gerade absolut auf. Und ja, deswegen bin ich stellenweise so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, Das tut mir auch so ein bisschen leid, weil ich normalerweise immer ein großer Fan davon bin, unsere ganzen Community-Events, die wir da in den Livestreams abhalten und auch den Sekundenstopp natürlich immer on time abzuliefern. Aber das ist mir in den letzten Monaten nicht immer möglich gewesen. Aber ich habe die Leute auch schon geprieft. Ich versuche natürlich, das trotzdem alles stattfinden zu lassen. Aber ich kann mich leider manchmal dann auch nicht zerteilen. Alles gut. Du hast die Community und auch Altair natürlich im Rücken. Wir unterstützen dich dabei. Das ist natürlich ein riesen Meilenstein und ein riesen Finale auch. Voll. In guter Manier, um die Apple Watch endlich wieder loszuwerden. Was steht denn an als Belohnung uhrentechnisch fürs Ende des Staatsexamens oder des Studiums? Ja, also wenn alles gut läuft. Also erst mal, ich habe mich schon so ein bisschen jetzt im Vorhinein belohnt, weil ich im Mai mit meiner Freundin zusammengezogen bin. Und dann ist sehr viel von meinem Ersparten, was ich eigentlich mir für eine Abschlussuhr beiseite gelegt hätte, in die Einrichtung hier geflossen und in die Wohnung als solche. Und das ist was, was mich auf jeden Fall auch total erfüllt, mich total glücklich macht und ich auch total happy damit bin. Deswegen muss wahrscheinlich die Uhr noch ein kleines bisschen warten, bis ich wieder das zusammengespart habe. Aber momentan ganz oben auf meinem Radar, wir hatten glaube ich auch schon drüber gesprochen, es ist eine Katje Santos und zwar die mit der schwarzen DLC-Lunette. Absolut geiles Ding. Das hat mich richtig, richtig abgeholt. Ich weiß nicht genau, wo dann irgendwann der Schalter in Richtung dieser Uhr gekippt ist, aber ich bin ja schon seit Ewigkeiten immer um die Santos rumschlabenzelt. Eigentlich dachte ich ja, ich will einfach der Heritage wegen das Medium-Sized-Modell, insbesondere das mit dem grünen Blatt. Das relativ neue hat mich ja sehr, sehr angesprochen. Aber als ich dann die Große halt mal am Arm hatte und dann auch mit der schwarzen Toilette, mit den sportlichen Zeigern, die Leuchtmasse haben und der Datumsanzeige, und du hast ja auch eine in derselben Größe, da dachte ich mir so, boah, das ist schon echt ein absolutes Killer-Ding. Und seitdem habe ich mich eigentlich ziemlich auf die eingeschossen. Fair. Wie sieht denn die State of the Collection aktuell aus? Ich meine, du trägst jetzt Apple Watch, was ich auch, man muss dazu sagen, du hast ja auch viel Background medizintechnisch in der Kardiologie. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass die Apple Watch daher auch irgendwie gar nicht so verkehrt ist, weil die ja auch in der neueren Generation mit einem EKG ausgestattet ist und so weiter. Richtig. Richtig. Alles, was man braucht irgendwie auf eine lustige Art und Weise. Natürlich eine digital ohne Quarzuhr, aber mit der analogen Anzeige echt ein witziges Ding. Und ja, dann muss ich, dann wird es auch schon ein bisschen dünn bei mir. Ich habe natürlich noch meine Seiko, die SKX 007. Ich habe noch eine andere kleine Seiko. Ich habe noch das Erbstück meines Großvaters, eine Nevada-Grähnchen, eine kleine vergoldete Dresswatch, auch ein schönes Ding, die aber mal eine Revision vertragen kann, ehrlicherweise. Ja, ich trage eigentlich entweder die Oris oder keine aktuell, was meine mechanische Spuren anbelangt. Ja, hat sich so ein bisschen gewandelt. Aber derzeit, ich bin so viel im Krankenhaus unterwegs mit meinen Staatsexamen. Ich kann sowieso eigentlich keine Uhr tragen. Und wenn ich dann halt mal sage, ich trage eine Uhr, dann bin ich halt meistens irgendwie sportlich unterwegs. Und dann ist es die Casio oder die Apple Watch. Ich verstehe es. Ich verstehe es, auch wenn ich es nicht unterstütze. Ich unterstütze immer mehr mechanische Uhren als digitale Uhren. Aber krass, du hast, ich sage mal, auch mit deiner Situation auch im Krankenhaus immer was Spezielles. Und du hast jetzt auch wahrscheinlich so knapp vier bis fünf Jahre jetzt auch in der Uhrenindustrie, die du sehr aktiv verfolgst und so weiter. Genau. Würdest du sagen, das hat sich auch so ein bisschen, würdest du sagen, ist das Hobby dadurch auch ein bisschen weniger reizvoll geworden für dich? Oder ist das so, du sagst, du machst gerade eine Pause und legst vielleicht ein bisschen die Kohle beiseite, hast andere Prioritäten, aber trotzdem die Augen auf den Ball in Form der Cartier Santos, dass es dann irgendwie wieder nach vorne geht? Oder hast du dadurch auch weniger Motivation, auch, ich sage mal, Houdinki zu lesen oder das alte Magazin zu lesen, einfach da in der Welt drin zu sein? Also was bei mir, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, was bei mir schon immer sehr direkt korreliert hat, ist mein Feuer für etwas und die Zeit, die ich dem Ganzen widmen kann. Und ich neige dazu, immer richtig deep down the rabbit hole zu gehen. Ich nerd mich in eigentlich alles, ich kann mich für alles begeistern fast und nerde mich dann da rein. Und bei Uhren ist es fairerweise, und darum würde ich auch sagen, spreche ich da wirklich von einer Leidenschaft. Das ist ein Hobby, in das ich mich mal reingefuchst habe, dem ich nie müde geworden bin. Also das macht mir seit Tag eins einfach Spaß. Ich hatte nie das Gefühl, irgendwie mich aus diesem Hobby rausentwickelt zu haben, sondern ich bin nach wie vor einfach mega, mega heiß. Und das macht mir wahnsinnig viel Freude und bereichert mich. Deswegen würde ich sagen, ist da auf jeden Fall schon eine manifeste Leidenschaft draus gewachsen. Allerdings, jetzt in den letzten Monaten, ich lese am Tag fünf, sechs, sieben Stunden Fachliteratur für mein Studium und dann bleibt mir halt manchmal abends nicht mehr so die Muße, dann noch zu sagen, ich schlage jetzt noch die Magazine auf, online die Blogs und fuchse mich stundenlang in YouTube-Videos von Uhrenneuheiten und so. Und wenn man natürlich dann nicht so, und man ist ja, weil unsere Community oder gerade unser Hobby ist ja sehr, sehr nischig. Und wenn man halt da so ein bisschen, sag ich mal, den Anschluss verpasst für ein paar Wochen, dann kommst du wieder, dann öffnest du mal wieder deine Apps und dann siehst du so, boah, es ist so viel passiert gerade, warte, wo fange ich an? Ich muss das alles erstmal kurz wieder aufholen, ich muss mich selber refreshen. Das merke ich auch beim Sekundenstopp. Momentan bin ich einfach nicht so in diesem Flow, in diesem Workflow, in dem ich sonst bin, wenn sich wirklich mein kompletter Alltag um Uhren dreht, weil ich jeden Tag meine Uhren trage, weil ich die angucke, weil ich in der Freizeit auf Insta chille, mir die Sachen ansehe und alles. Das korreliert schon auf jeden Fall. Und ich bin da aber auch ganz guter Dinge, dass sobald ich jetzt Ende Oktober mein letztes Startsexamen geschrieben habe und wieder den Kopf frei habe für manche andere Sachen, dann kommt das auch ganz schnell wieder zurück. Aber ja, jetzt aktuell, es ist halt wirklich so, ich wache halt morgens auf, ich verlasse die Wohnung tatsächlich relativ selten, außer ich muss halt in die Uni, ins Krankenhaus oder gehe ins Gym und in zwei von drei Fällen kann ich keine Uhr tragen. Und die Uhr, die ich halt trage, wenn ich ins Gym gehe, ist in der Regel keine mechanische, sondern das ist dann halt meine Apple Watch in dem Fall. Nehmen wir den Schritt einmal zurück und denken darüber nach, wenn jemand zuhört, der vielleicht gerade reinkommt ins Thema und sagt, ey, was Altair da macht, ist spannend, was ihr für Meinungen habt, der hat schon so lange sehr aktiv an der Industrie, nah am Puls des Marktes gewesen und sagt jetzt, er will sich jetzt eine Strategie zurechtlegen und sagt, er hat vielleicht in den nächsten 12 bis 24 Monaten, sagen wir mal, meint das ernst mit dem Hobby und sagt, ich bin bereit, 10.000 Euro dafür auszugeben. Ja. Wie würdest du mit deinem heutigen Wissen da rangehen? Ich hätte jetzt mal gesagt, nennen wir mal drei Modelle, die du dir vielleicht so zusammenbauen würdest. Offensichtlich braucht man nicht mehr, um glücklich zu sein in seiner Sammlung. Das hast du ja jetzt eindrucksvoll bewiesen. Was wäre so dein Gameplan, wenn du heute nochmal bei Null starten würdest? Oder ja, was für einen Tipp dazu geben? Mit meinem Wissen von heute? Also ich glaube, ein Fehler, den ich gemacht habe am Anfang und aus dem ich dann auch so ein bisschen rausgewachsen bin und was ich auch von anderen Sammlerinnen und Sammlern mitbekommen habe, wo man einfach ein bisschen rauswächst, ist, man kann sich auch ein bisschen reinsteigern in diesen Drang und diesen Zyklus. Ich kaufe eine Uhr, ich habe die Honeymoon Phase, dann wird sie zu meinem liebsten Alltagsgegenstand und dann geht eigentlich schon wieder die Jagd nach dem Neuen los. Und dann hole ich die Neue und dann die Honeymoon Phase und dann Alltag und dann die Neue und dann Honeymoon Phase. Und man kann sich so ein bisschen, wenn man sich zu tief in dem Uhrengame bewegt, kommt man manchmal vielleicht so ein bisschen auf den Gedanken, dass eigentlich die ständige Jagd nach Neuen Uhr der ultimative Thrill ist. Und das habe ich lange halt auch so gemacht. Und deswegen würde ich sagen, wenn ich am Anfang meiner Uhrensammlerkarriere gestanden hätte und du hättest mir 10.000 Euro in die Hand gegeben, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich habe in einem Video gesehen, ich brauche eine Fieldwatch, ich brauche eine Taucheruhr, ich brauche den Krono. Und dann hätte ich versucht, wahrscheinlich 1.000 Videos zu gucken, was ist der beste Bang per Buck, um dann möglichst viele Uhren aus diesen 10.000 Euro rauszuquetschen, um halt einen nie abreißenden Thrill durch diese Jagd nach der nächsten Uhr zu haben. Heute würde ich so weit gehen, dass ich sage, es hat sich über die Jahre doch rausgestellt, welche Art von Uhr, welche Art von Komplikation passt zu mir, passt in meinen Alltag. Und mein Geschmack hat sich ein bisschen mehr in Richtung, was ist eigentlich mein Anspruch an eine Armbanduhr entwickelt. Und mein Anspruch an eine Armbanduhr ist einfach aktuell, dass sie für mich ein Gegenstand ist, der mir Freude bereitet, wenn ich sie an mein Handgelenk lege und der für mich etwas Besonderes symbolisiert. Und ich hatte ja auch Zeiten, da hatte ich wirklich viele Uhren und habe mich dann aber so ein bisschen, irgendwann habe ich da geguckt und dachte so, yes, ich habe zwei Uhrenrollen voller Uhren, ich bin richtiger Nerd, ich bin richtiger Uhren-Junkie. Aber im Endeffekt hat keiner der Uhren mir wirklich das hundertprozentige Fulfillment gegeben. Und dann war die Oris, die erste Uhr beispielsweise, wo ich halt wirklich gesagt habe, die tickt bei mir so viele Boxes, die ist eine geile sportliche Uhr, die ist aber durch ihre Anatomie durchaus auch was, was ich schicker tragen kann. Natürlich jetzt nicht Black Tie, das kann nur James Bond wahrscheinlich, aber die man auch durchaus mal ein bisschen feiner kombinieren kann zu einem Hemd oder so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wow, ich trage eigentlich nur noch die Oris. Und das war dann auch der Punkt, wo ich angefangen habe, meine Kollektion komplett aufzulösen und eigentlich die Oris als meine fast einzige Uhr in der Kollektion zu haben, weil ich einfach gemerkt habe, dass für mich der Reiz des Hobbys nicht mehr in der Jagd nach neuen Uhren steht, sondern in der Schönheit des einzelnen Objektes. Und es gibt Leute, die sehen das anders, die sagen natürlich, viel ist besser. Für mich ist da aber die Qualität über die Quantität inzwischen gewachsen und das, würde ich sagen, war der größte Change. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, würde ich sagen, würdest du mir jetzt 10.000 Euro geben, würde ich erst mal gar nichts damit machen. Ich würde die auf die Seite packen, würde unendlich viele Konzessionäre besuchen, die alle möglichen Marken führen, würde gucken, dass ich mich mit Leuten treffe, die Uhren besitzen, die ich interessant finde und gucken, was fühlt sich an meinem Handgelenk gut an, welche Uhr fühlt sich so an, als wäre sie wirklich für mich geschmiedet worden. Und dann würde ich gucken, dass ich Großteile dieses Geldes in diese eine Uhr stecke. Was für ganz viele Konzessionäre besuchen, musst du ja nur einen besuchen. Also für die meisten Marken zumindest. Ja, das ist richtig. Ich habe auch eben überlegt, wie ich es formuliere, aber ja, genau, genau, genau. Aber es gibt natürlich auch einige spannende Marken, die wir nicht führen, die wahrscheinlich auch, oder die halt selbst auch nur boutique getrieben sind, die ganz, ganz kleine Volumes produzieren, die aber trotzdem natürlich spannende Uhren machen. Und ich glaube, irgendwann kommt halt das Gefühl, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, es gibt einfach manche Uhren, und das betrifft nicht nur Uhren, sondern generell Luxusgegenstände, würde ich sagen, Autos, schöne Kleider, in dem Moment, wo du, entweder es fühlt sich richtig an, oder es fühlt sich einfach nicht so richtig an. Und ich hatte halt bei vielen meiner Uhren das Gefühl, ich mag die richtig gerne, aber ich liebe sie nicht. Und die, ich habe mich deswegen inzwischen dazu entschlossen, die, die ich nicht liebe, die lasse ich ziehen. Und selbst Uhren, von denen ich dachte, wow, mit denen verbinde ich doch eigentlich so viel, im Endeffekt hat mich gar nicht so viel mit denen verbunden, habe ich gemerkt, weil ich sie einfach nicht vermisse. Ja, das ist der beste Punkt. Aber du weißt erst, wie sehr du etwas geliebt hast, wenn du es nicht mehr hast wahrscheinlich. Und dann idealerweise hast du die richtige, weil es gibt ja auch dieses Sellers Remorse, dass du sagst, hätte ich die nicht verkauft, gerade bei speziellen Uhren, die man vielleicht nicht mehr so einfach neu kaufen kann. Ich glaube, bei den meisten Uhren von dir kann man wieder neu kaufen, aber so eine SKX 007 zum Beispiel ist geblieben. Weil die wahrscheinlich auch jetzt vom Wert, die hätte jetzt nicht so viel Kapital freigemacht, aber die kriegst du auch nicht so einfach wieder. Das ist auch nochmal ein Thema, weil die ja nicht mehr in Produktion ist. Kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal eine Rolle spielt. Tut's auch, ja. Aber ich würde inzwischen halt sagen, mein Geschmack hat sich so entwickelt, dass ich halt diesen Batzen 10.000 Euro könnte ich auf ein, vielleicht zwei Uhren konzentrieren. Und das wäre vor vier Jahren, wäre das nicht so gewesen. Und du sagst, man muss einfach viele Uhren tragen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, um seinen Geschmack auch zu finden. Das dauert natürlich seine Zeit. Für dich persönlich wäre es jetzt aktuell, aber in diesem Preisbudget wäre es die Santos. Es wäre die Santos aus tatsächlich den Gründen, dass es für mich eigentlich eine relativ ähnliche Kerbe schlägt wie die Oris, halt mit einem Ticken mehr Eleganz und ein bisschen weniger Sportlichkeit, einfach weil es ein Dreizeiger ist und mit der schwarzen DLC-Lünette auch ein klein bisschen understated. Es ist eine Sportuhr. Sie ist jederzeit ablesbar. Sie hat echt schöne Proportionen, dass du sie sportlich und zu einem Hemd tragen kannst. Sie hat ein gewisses Understatement. Sie ist trotzdem elegant geschnitten und es ist eine klassische Marke. Und das sind für mich halt schon Kriterien, wo ich sagen kann, dass sich in keiner Uhr, die ich mir wahrscheinlich kaufen werde in der nächsten Zukunft, missen möchte, dass ich einfach nicht das Gefühl habe, man kann natürlich sich so eine Alien-Uhr kaufen, wo man sagt, boah, ich gehe mal richtig crazy. Aber ich habe das Gefühl, dass je mehr man eine Uhr trägt, je mehr Kriterien die erfüllt, dass man halt wirklich viel, viel, viel Zeit mit der Uhr am Handgelenk verbinden und verbringen kann, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man sie wieder verkauft, beziehungsweise umgekehrt, wenn man nur so eine Uhr hat, die man sagt, man trägt sie alle Nase lang mal, weil sie einfach sich zu nichts anderem tragen lässt, baut man wahrscheinlich auch keine so enge Bindung auf. Kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du einen perfekten Blick über die letzten drei Jahre, was in der Uhrindustrie passiert ist, was vorgestellt wurde. Und wenn du jetzt jemandem sagst, jetzt mal unabhängig von dem Budget, aber wenn du jetzt jemandem sagst, du pass auf, du musst gar nicht so weit gucken, sondern ich kenne den Markt gut und ich nenne dir jetzt drei, vier, fünf Modelle, die solltest du auf jeden Fall mal anprobiert haben, um zu gucken, ob es klickt oder ob es nicht klickt. Stell dir vor, ein Freund von dir ist auf der Suche und du sagst, hey, mach mal hier 80-20-Prinzip. Was sind die 20 Prozent der Uhren, die 80 Prozent des Wertes quasi abdecken? Welche Modelle fallen dir da aktuell sofort ein, die du empfehlen würdest? Omega SMP 300 auf jeden Fall. Omega Seamaster Diver Professional 300M definitiv. Welche Farbe? Blau. Blaues Blatt. Blau, blau. Genau, genau. Wobei, ich war früher ja Team Schwarz-Weiß, die hattest du ja auch, aber inzwischen, glaube ich, finde ich die Blau-Blaue, die gefällt mir sehr, sehr gut. Ist aber natürlich reine Präferenz. Bei der würde ich zum Beispiel sagen, ist es wichtig, die mal anzuprobieren und die gibt einem ein gutes Gefühl für eine Taucheruhr. Was macht eine Vollblut-Taucheruhr aus, eine Vollblut-Sportuhr und taugt mir das was? Und sie ist trotzdem besonders genug, um halt eben nicht wie jede Taucheruhr zu sein, würde ich behaupten. Katja Santos, eine, die ich auch unbedingt den Leuten mitgeben würde. Ich würde auch Uhren wie, ganz simpel gesprochen, eine klassische Casio, die DW-Serie, einfach nur, bin ich überhaupt ein Typ für mechanische Uhren? Vielleicht bin ich ja auch lieber jemand, der kleine digitale Uhren mag. Vielleicht ist mir die mechanische am Arm, vielleicht taugt mir das nicht. Muss man ja auch ein Gefühl für entwickeln. Mein Papa zum Beispiel findet Uhren einfach zu schwer an seinem Arm. Der trägt deswegen keine. Und wenn er welche trägt, dann sind es meistens Digitaluhren, weil er halt sagt, alles andere, das fühlt sich einfach an seinem Arm nicht richtig an. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, eine IWC-Fliegeruhr müsste dabei sein. Eine Dreizeiger oder ein Krono? Ich würde sagen, das wäre, glaube ich, egal, weil für den Krono würde ich die Speedy nehmen, weil ich denke, einen Krono muss man anprobiert haben. Da würde ich aber die Speedmaster picken. Aber die IWC würde ich sagen, einfach weil man mal das Gefühl haben sollte, wie fühlt es sich an, so eine hypermaskuline Pilotenuhr am Arm zu haben. Das vermitteln ja sowohl die Dreizeiger als auch die Kronos. Und die Uhren sind ja wirklich auch sehr, 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 sehr groß. Und selbe ist, würde ich deswegen wahrscheinlich auch sagen, eine Panerei, weil eine Panerei einem auch das Gefühl gibt, stehe ich vielleicht ja auch auf die eckigen Gehäuseshape, auf diese Kissenform, mit prominenten Akzenten, wie halt diesem Kronenbügel. Also ich würde, wenn ich sagen müsste, fünf Uhren, würde ich sagen, ich würde die so auswählen, dass von Form, Funktion, Gewicht und vielleicht Material, von allem, was dabei ist, damit man einen guten Überblick und einen guten Eindruck bekommt, was überhaupt so draußen ist am Markt. Weil du hast es eben schon gesagt, es ist unendlich viel. Aber es sind alles Klassiker, die du dann genannt hast. Also wenn ich jetzt überlege, Diver, 100 Meter von Omega, Moonwatch von Omega. Du hast eine Panerei mit drin, die natürlich auch ein eigenes, ikonisches Design hat. Du hast eine Santos mit drin. Du hast einen Flieger, Dreizeiger, eine Mark 20 zum Beispiel. Da ist auch eine Uhren, über die ich in meinem Weg gegangen bin, kann ich total nachvollziehen, dass du die genannt hast. Das sind alles Uhren, sind jetzt alles keine Schnapper, sage ich mal, alles keine preisgünstigen Uhren, aber preiswert, die sind auf jeden Fall ihren Preis wert, weil das sind alles tolle Manufakturen, die maximale Qualität bieten. Da machst du natürlich in keinem Punkto wirklich Abstriche. Spannend, I like. Ja, es war ja auch wirklich nur, also nur war darauf bezogen, ich streue ich mal durch verschiedene Konzessionäre und Boutiquen und lege mir einfach mal was ans Handgelenk. Deswegen habe ich da die Budgetfrage jetzt einfach mal aus und vor gelassen. Ja, total fair, total fair. Und wenn du vielleicht, wenn wir sagen mal, wir limitieren das Budget und denken über eine Einsteigeruhr, ist das jetzt, das ist ein Thema, was fast schon dekadent wirkt teilweise, wenn man dann trotzdem über einen Wert von 1500 Euro spricht oder 2000 Euro oder was auch immer, dann ist das eigentlich, ja, das klingt immer dekadent, aber hättest du da noch einen Pick, den du irgendwie noch empfehlen würdest, noch mitgeben würdest, für jemanden, der vielleicht, keine Ahnung, noch als Student in das Hobby reinkommt oder nicht so viel verdient? Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man überhaupt erstmal das Wasser antesten möchte, würde ich Seiko und Hamilton als zwei Marken nennen, die einen super, super Value liefern und vor allen Dingen, was an den zwei Marken halt auch echt richtig klasse ist, ist, dass die das komplette Sortiment eigentlich abdecken. Du hast bei Hamilton supergeile Fliegeruhren, du hast schöne Fieldwatches, die Taucheruhren, die Scuba mag ich jetzt persönlich nicht so gerne, aber da hätten wir dann Seiko auf der anderen Seite, die halt mit den Prospects-Modellen fantastische Taucheruhren machen. Wenn du sagst, du bist ja wirklich ein Vollbluttaucher, da holst du dir eine mit so einem Party-Zertifikat, die sind ja sogar einfach Einsatzinstrumente, also da ist wirklich was dabei, wenn du sagst, du willst, was ausgefallen ist, dann checkst du mal die Tuna, weißt du, da ist wirklich mit den beiden Marken kannst du auch das komplette Spektrum abdecken und einfach mal so ein bisschen, ja, experimentieren, was gefällt dir, was liegt dir und wo siehst du dich? So habe ich es ja auch gemacht. Meine erste Uhr war ja eine Seiko, sogar zwei verschiedene. Eine Dreizeiger, so ein bisschen dressig-schick und eine SKX. Und die haben beide zusammen 550 Euro gekostet. Und die haben mir alles gegeben, was ich brauchte damals. Aufteilung zwischen der SKX, klassische Taucheruhr für die, die die nicht kennen, und der Dresswatch, die du gerade genannt hast. Welche Uhr hat wie viel Zeit am Handgelenk bekommen? Auf jeden Fall der Diver, auf jeden Fall die SKX. Und das war ja früher zwischen uns beiden ja dann auch immer der Running Gag in unseren Livestreams, dass ich ja jedes Mal eigentlich nur eine Taucheruhr trage, weil für mich das Ding einfach in den Alltag auch am besten integriert ist. Ich bin sportlich unterwegs, weißt du, ich brauche was, was robust ist. Und ich nutze bei allen meinen Taucheruhren die Lunette exzessiv. Also ich benutze die Walter-Gümbel wahnsinnig viel. Und deswegen ist das da relativ einseitig gewesen über eine lange Zeit. Was ist denn los mit Dresswatches? Erzähl mal. Also ich finde, das ist so eine, dass jeder, jede Marke fokussiert sich komplett auf Sportwagen. Also Sportuhren. Das ist genauso wie in der Autoindustrie, dass alle nur noch SUVs verkaufen. Also das ist, der Trend ist massiv. Es geht wirklich die Leute. Ich meine, am Ende müssen die Marken das liefern, was der Sammler oder der Käufer bei Autos jetzt zum Beispiel auch einfach haben will, was im Alltag gut ist, was praktikabel ist. Und du sagst gerade selber, so ein Toolwatch, was robust ist. Hat sich unser Alltag so stark verändert, dass unsere Anforderungen an Uhren sich so verändert haben? Die Geschmäcker, was ist es, was einfach der Dresswatch, weil ich sehe, also wenn ich in der Community bin, Freitag Livestream, 19 Uhr, Wristcheck mache, siehst du einfach kaum, sei denn es ist mal irgendwie eine Gégère Lecoultre Ultrathin dabei oder sowas, aber wirklich einen Dresser, genau, Grüße gehen raus, aber einen richtigen Dresser liest man so, so selten oder es gibt auch selten irgendwie, dass ein Dresser vorgestellt wird von egal welcher Marke und das ist dann ein riesen Bang. Es ist einfach, sind Dresswatches tot? Ich würde sagen, Dresswatches sind nicht tot, aber Dresswatches waren zumindest lange Zeit vom Aussterben bedroht. Gut, allerdings sind sie ja auch gerade wieder ein bisschen auf dem Vormarsch und ich bin da total bei dir. Ich denke, es hat damit zu tun, dass sich innerhalb der letzten, sagen wir mal 50 Jahre, der Alltag und die Definition des alltäglichen Lebens einfach doch sehr, sehr gewandelt hat. Und das beginnt bei der Art, wie wir arbeiten und erstreckt sich bis zur Art, wie wir uns kleiden. Und ich würde sagen, per Definition für mich ist eine Dresswatch eine zierliche, understatete Uhr mit minimalistischen Funktionen an einem Lederband. Und das ist einfach, glaube ich, von der Grundidee Uhr etwas, was immer schwieriger geworden ist, in den modernen Alltag zu integrieren. Weil wir so viel, wir sind so viel unterwegs, wir sind so viel draußen, wir haben so viele andere Anforderungen an die Gadgets, die uns im Alltag begleiten. Ich brauche eine Zeitzone hier, ich muss schnell was stoppen da. Ich muss kurz mal, ich muss kurz mal Hand anlegen an irgendwas und will dabei meine Uhr tragen. Mir ist es wichtig, dass eine Uhr enorm wasserdicht ist, weil ich mir damit die Hände wasche. Und ich will eine automatische Uhr haben, da geht es ja schon los. Viele Dresswatcher sind ja per Handaufzug, weil ich will, dass meine Uhr sich automatisch aufzieht, weil ich morgens die einfach nur anlegen möchte und abends wieder ablegen und möglichst einfach unkompliziert damit umgehen möchte. Und ich glaube, die klassische Dresswatch mit den Charakteristika, die ich eben beschrieben habe, hat einfach nicht mehr so eine hohe Integration in den modernen Alltag bei vielen Leuten. Deswegen glaube ich, ist auch, es gibt, ich würde zum Beispiel mal behaupten, es gibt viele Leute, die haben eine One-Watch-Collection, eine Uhr für alles und keines davon ist ein Dresswatch, würde ich einfach mal behaupten. Weil, und ich sage dir genau warum, weil eine Dresswatch, der Name sagt es ja schon, es ist etwas, wenn ich mich abdresse, wenn ich mich schick mache, dann ist das die Uhr, die ich in diesen Momenten trage, stelle mir das am Anzug vor. Ja, und ich glaube grundsätzlich, du hast es auch gesagt, so der Weg, die Art und Weise, wie wir uns kleiden, hat sich verändert. Wir sind viel legerer, also der Kleidungsstil ist heute viel legerer, als er das früher war. Und es gibt... Google doch mal, New York, London, Berlin, 1960, die Leute, die Männer, die tragen Hut, die tragen Anzug, die tragen Weste, die, da, da, da war das natürlich ein völlig anderes Bild, ne. Und da hat das auch einen Sinn ergeben, aber heute, du gehst auf Hochzeiten und der Bräutigam trägt weiße Sneaker. Ja. Das hätte, früher hätten die dir irgendwie, hätte ich mit verfaulten Tomaten beworfen, wenn du als Bräutigam da gestanden bist, also respektlos. Ja. Und heute ist einfach, die Zeit ist einfach eine andere und ich glaube, dass deswegen auch die Zeit der Dresswatches vorbei ist heute. Weil du trägst einfach zum Anzug, wenn du Sneaker zum Anzug trägst, trägst du da nicht eine Calatrava oder eine Max Bill oder was weiß ich. Deswegen ist, aber ich, aber was ich trotzdem sehe, ist so die Renaissance teilweise, ne. Renaissance nach den Dark Ages war ja, als die Menschen sich wieder, das war die Dark Ages, da ist viel intellektuelles Kapital kaputt gegangen und die Leute sind fast verblödet und die, das war ein Riesenrückschritt. Und dann kam die Renaissance und dann ist das alles wiedererlebt. Und ich glaube, dass es eine kleine Gruppe an Menschen gibt, die so eine Art Renaissance erleben. Es gibt dieses Old Money, diese Art und Weise, sich Old Money... Genau, das wollte ich eben auch sagen, ja. Ich glaube, dass das der Punkt ist, wo die Menschen auf Dresswatches achten und dann sind es aber auch Ikonen. Dann sage ich mal, dann ist wahrscheinlich eine Cartier Santos trifft dann genau in diese Kerbe. Eine Gégé Le Coutre Reverso trifft genau in diese Kerbe. Du musst die Balance schaffen. Ich glaube, die Dresswatch muss sich transformieren. Du kannst nicht mehr diesen klassischen Bauhaus-Stil. Das ist einfach schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig, damit anzukommen. Ich glaube, wenn du es schaffst, den Weg zu gehen... Und Sportstahluhren haben, glaube ich, damals den Untergang geweiht. Als Audemar Piguet entschieden hat, wir tragen jetzt Stahluhr als Luxusprodukt mit der Royal Oak. Und das ist das, was du dann tragen kannst. Damit ist, glaube ich, die Dresswatch, die ursprünglich dann auch in Gold und weißes Blatt und so weiter gehalten war. Das war, glaube ich, der Anfang vom Ende der Dresswatch. Ja, bin ich bei dir. Ich finde, wer es sehr gut macht, aktuell ist Patek Philippe mit der Calatrava. Es gibt von der Calatrava inzwischen die Calatrava war mal Strict Edelmetall, Lederband. Inzwischen kriegst du eine Calatrava aus Edelstahl an so einem Hybridband mit ein bisschen Farbe auf dem Zifferblatt. Wenn du dich erinnerst an die Vorstellung, ich glaube, 2021 war das ja mit diesem Wabenmuster, mit den blauen Akzenten. Das ist eine Dresswatch transportiert. Also ich meine, es wird wenig ikonischer in puncto Dresswatches, als es die Calatrava ist wahrscheinlich. Es ist eine der ikonischen Dresswatches, das transportiert in die heutige Zeit par excellence. Perfekt. Weil du musst wirklich diesen schmalen Grat gehen zwischen traditionell und altbacken. Und Dresswatches gerade eben, weil sie halt so sehr bieder sind, manchmal an den Lederbändern neigen sie halt doch dazu, so ein bisschen altbacken eher zu sein. Ja. Also ich würde gerne eine neue Kategorie oder diese Kategorie neu erfinden. Oder da den Marken, da ist es halt sehr, sehr schwierig. Aber es muss alltagsterblich sein, wie du sagst. Es kann, die Zeiten sind vorbei, wo eine Uhr 30 Meter wasserdicht sein kann. Ja, ja. Das ist einfach, das kauft heute keiner mehr, glaube ich. Da machst du wirklich zu viele Abstriche. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du einen Dreizeiger nicht in 100 Meter oder 150 Meter Wasserdichtigkeit hinkriegst. Wie zum Beispiel eine Aquaterra. Die ist für mich da genau der Hit-the-Spot, weißt du? Noch näher an Dresswatch dran, als es eine Royal Oak ist. Aber hat halt 150 Meter Wasserdichtigkeit, ein topmodernes Werk. Trotzdem so den Schick, ne? Mit einer polierten Lünette und so weiter. Dass ich sage, ja, also da denke ich manchmal drüber nach und denke so, hey, das kann doch nicht wahr sein. Wieso schaffen die Marken das nicht, diesen Uhrenstil in die Modernen zu bringen? Und alle gehen einfach aufs gleiche Design. Tauchau, 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 Tauchau. Oder eben Sportstahl. Ja, und man merkt mal, es ist ja auch so, die, die da ausbrechen, die haben es schwer. Schauen wir mal auf, also schauen wir mal beispielsweise auf Breguet, Ulysse Nardin. Die Uhren, die wirklich da das Portfolio prägen, sind halt schicke Dresswatches. Wenig populär. Schauen wir auf Vacheron Constantin, da bewegt sich wenig neben der Overseas. Dabei gibt es mit der Traditionelle oder der Amerikanen gibt es unfassbar schöne Dresswatches. Aber die zünden nicht bei den Leuten. Ja, man muss eine, ich glaube, es ist Zeit für eine Dresswatch, eine Crossover Dresswatch. Dresswatch on Steroids. Wie das mit der Calatrava zum Beispiel der Fall ist. Ich glaube, die haben die doch auch sogar fast in eine Fieldwatch verwandelt, oder? Ja, das ist aber auch ein Teil der Calatrava-Kollektion. Ja, ja, genau. Also es gibt auch diese Calatrava-Pilot beispielsweise. Die sieht dann so fast ein bisschen aus, also ich finde, die sieht sehr, sehr aus wie die alte Zenit-Pilot-Swatch. Die mit der großen Zwiebelkrone und so. Ist aber dann irgendwie eine Calatrava. Und innerhalb der Calatrava-Kollektion dann auch im Katalog. Ja, die machen es gut. Die machen es gut. Ich finde aber, wo wir es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben, JLC, Gégele-Coultre, machen auch einen tollen Job. Also die bewegen ja mit der, wie heißt der denn, hilf mir auf die Sprünge, die der Genie immer trägt. Ah, Master irgendwie, ne? Master Ultraszenen? Ultraszenen, genau. Ich glaube, so heißt es. Ja, ja, genau. Die auch super alltagstauglich, flaches Gehäuse, Edelstahl, aber halt nicht bieder. Das Zifferblatt, das lebt, das ist lebendig. Ja, du guckst da gerne hin. Die macht Spaß. Die hat dann auch, ich glaube, eine vernünftige Schließe, die auch modern aussieht, die sich modern handhaben lässt im Alltag und so. Und ich glaube, dann funktioniert das schon. Ja, ich glaube, die ist auch wasserdichter als nur 30 Meter. Vielleicht sollte man mal das Design-Team von Nomos und von Sinn in einem Raum einschließen und dann dazu zwingen, eine Uhr gemeinsam zu designen. Ich glaube, das könnte für die deutsche Urinindustrie solche Kollaborationen zwischen Marken, ich weiß nicht, ob es das in der Autoindustrie gibt oder so, aber solche Crossover-Kollaborationen, dass ein Input von außerhalb kommt. Das ist ja sogar innerhalb der Industrie. Vielleicht bräuchte man mal Input von außerhalb der Industrie, dass man sich aus anderen Industrien noch außerhalb von Materialien und sowas noch auch designmäßig ein bisschen was einholt. Ich glaube zum Beispiel, die Autoindustrie ist da sehr, sehr weit voraus. Und ich finde, und da habe ich auch gestern darüber nachgedacht, gib du mir mal ein Gefühl, welche Ära, sagen wir mal der letzten 15, 20, 30 Jahre vielleicht, Anfang der 90er, wenn du dann eine Meinung zu hast, welche Ära ist es, die dir vom Design der Uhren am besten gefällt? Ist das heute oder liegt diese Ära in der Vergangenheit? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich Autos aus den frühen 2010er Jahren sehr, sehr schön finde, weil die haben gewisse Ecken, die haben einen gewissen Designstil, wo ich sage, das gefällt mir heute noch. Teilweise sogar Anfang der 2000er habe ich zum Beispiel BMW tolle, zeitlose Designs gebracht. Was würdest du sagen, ist eine Zeit, die jetzt vielleicht auch heute noch zeitlos wirkt und die dir persönlich auch gut gefällt? Hast du sowas? Ja, 90er tatsächlich, weil gerade in Bezug auf Uhren finde ich die 90er ein super, super spannendes Zeitalter, weil wir noch nicht diese überdimensionalen Größen hatten, die wir ja beispielsweise so von 2000 bis 2010 halt hatten, ja, wo dann halt so Hublot und die großen Ulysse Nadar und eine Rolex Yachtmaster 2 in 45 Millimeter und jeder bringt riesen Klopper auf den Markt, Franck Müller und die ganzen Geschichten, sondern in den 90ern, da kam man quasi gerade, hat man quasi gerade diesen Anstupser bekommen, ah, die klassischen kleinen Dresswatches ziehen nicht mehr, aber wir wollen es auch noch nicht so wirklich übertreiben. Und darum hatte man diese supergeilen klassischen Proportionen 39, 40, 41 Millimeter, schon durchaus sportlich, aber doch noch so sehr, sehr zurückhaltend im Design. Ich denke da an eine 90er Jahre Submariner mit gebohrten Hörnern, Aluminiumlünette, 40 Millimeter, wunderschöne Uhr, in meinen Augen die perfekt proportionierteste Submariner, die es jemals gab und eine Ikone an und für sich und sehr, sehr viele Sachen aus den 90ern Autos gefallen mir beispielsweise auch richtig gut, ja, die Porsches Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, um bei einem ikonischen Design in der Autoindustrie zu bleiben. Wahnsinnig schön, wahnsinnig schön. Heute ist alles, finde ich so, jetzt gerade, einfach wahrscheinlich auch, weil die Technologie es hergibt, finde ich gerade alles sehr, sehr technologisiert und es sieht alles doch sehr häufig aus wie vom Reißbrett, ja, dass halt irgendeine abgefahrene AI hat halt irgendeinen wilden 3D-Drucker oder irgendeine CNC-Fräse halt irgendwie programmiert und mit Daten gefüllt hat und herauskommt das perfekte Produkt. Aber in den 90ern, finde ich, da ist so diese perfekte Imperfektion, wenn du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst und das ist ja wirklich so, ne? Ich glaube, die Art und Weise, wie Uhren damals designt wurden und wie sie heute designt werden, hat sich natürlich drastisch verändert. Die gehen natürlich auch mit der Zeit und diese CNC-Fräsmaschinen, die Ziffernblätter, die heute, ähm, heute, ja, werden die 3D, wahrscheinlich werden die nicht 3D gedruckt, aber die haben schon sehr, sehr feine Muster und sowas, was früher irgendwie über Geochierungstechniken passiert ist, passiert dann heute über, äh, über andere Lasertechniken oder so, die dann eintravieren. Die Seamaster Diver 300, ne? Ich meine, da, jeder, der das Ding mal unters Makro genommen hat, das Ding sieht aus wie aus einem 3D-Drucker, weil es einfach mit so einer Präzision messerscharf, das sieht aus wie animiert und das ist der absolute Wahnsinn. Aber, ähm, ja, viele Designs sind einfach, finde ich, ich nehm, also, ich wüsste jetzt ad hoc kein Beispiel, aber so, wenn du mich jetzt auf die allgemeine Masse ansprichst, es ist ein bisschen zu glatt gelutscht, glaube ich, ist das richtige Wort, ja, in vielerlei Hinsicht. Viele Sachen sind einfach zu perfekt und zu vom Reißbrett und für den Mainstream geschnitten, ähm, dass es dann ein bisschen an Charakter einbüßt. Ist bei Autos definitiv auch der Fall. Wenn du heute auf die Straße guckst, finde ich, dass viele, vor allem die asiatischen Marken, die sind wirklich auch rund gelutscht. Das, was eckig war, Anfang der 2-10er-Jahre, äh, wird dann in die Waschmaschine geschmissen und dann hat ein paar Runden abbekommen und hat dann alle Ecken verloren und ist jetzt rund und ist dann so, ja, aerodynamischer, effizienter und so weiter. Klar, die Motoren sind besser, um die 90er nochmal zu vergleichen, ähm, während es superschöne Designs sind, und ich bin da total bei dir, ich finde so eine No-Date-Sub aus den 90ern, ich bin immer noch so, irgendwann aus 1991, aus meinem Geburtstag, kommt irgendwann nochmal. Bei mir das ist aber, ich bin 95er, selber Gedanke, ja. Ja, aber jeder, dem du das sagst, der sagt, ey, hast du mal die Armbänder verglichen mit dem, was heute passiert, also was damals geklappert wurde, was sich da noch getan hat in den letzten 20 Jahren, obwohl es Uhren eigentlich schon seit Anfang des 19, des 20. Jahrhunderts gibt, finde ich es krass, ähm, was da in den letzten Jahren nochmal passiert ist, auch durch die technischen Möglichkeiten natürlich, ne? Natürlich, absolut, ganz klar, ganz klar. Ja, ich meine, das hat natürlich alles sein Für und Wider, ne? Heutzutage kriegst du für, für, ähm, dafür eine viel, viel breitere Konsistenz, was die Qualität anbelangt, ne? Ich meine, hättest du, also vergleich mal jetzt das Armband von einer, von einer Einsteiger-Seiko für unter 500 Euro, das schlägt halt einen Rolex-Band aus den 90ern halt, das ist kein Vergleich, ne? Das sind halt Welten, die dazwischen liegen mitunter, ähm, einfach, weil sich so viel getan hat. Und, ähm, die Leute haben auch ganz andere Ansprüche halt inzwischen für, ähm, für das, was sie halt, was sie halt bekommen, einfach, weil der Markt so breit geworden ist und weil natürlich auch die Chance, sich zu informieren, unfassbar gewachsen ist, ne? Absolut. Das wir versuchen natürlich dabei zu tragen. Wir versuchen dabei zu tragen. Wenn du jetzt den Blick in die Zukunft wirfst, ja, Severin, wir bleiben, wir bleiben dabei und gucken ins Jahr 2035. Das ist jetzt für Leute vielleicht schwer, sich vorzustellen, aber das sind so zwölf Jahre, zehn, zwölf Jahre. Das war dann so um diese 2010er-Jahre, die ich gerade eben angesprochen habe. Jetzt spiegeln wir das Ganze mal in die Zukunft. Was glaubst du, was ist dann, was ist dann Sache? Ist dann irgendwie, besteht dann jede Uhr immer noch aus Edelstahl? Ist das immer noch das Material der Stunde? Jeder braucht ein Armband? Welche Weiterentwicklungen können in der Industrie noch passieren? Was ist, ist dann vielleicht irgendwie die Schnellverstellung super Standard, weil es dann irgendwie jeder hat? Was machen auch Uhrwerke? Machen wir noch mechanische Uhren? Was glaubst du, was ist dann? Also ich hoffe, dass sich nicht so viel verändert, wenn ich ganz ehrlich sein soll, weil ich glaube, so wie aktuell die Uhren sind, sind sie in meinen Augen schon ziemlich nah an dem, was ich als perfekt bezeichnen würde, so vom Gesamtpaket und von der Gesamtkomposition. Weil ich meine, woran ich jetzt zum Beispiel denke, wo du das Uhrwerk ansprichst, was wäre denn ein, ich meine, ein mechanisches Uhrwerk, was wäre denn ein Upgrade? Ich meine, wir haben ja inzwischen... Spring Drive. Richtig, genau. Hätte ich jetzt auch gedacht. Wir haben das Spring Drive, wir haben dieses neu vorgestellte Kaliber von Omega, was unfassbare Gangwerte erreichen kann. Und ich meine, besser als plus eins, minus eins, ich meine, irgendwo ist ja Sky auch dann doch irgendwie the limit. Und wenn ich mich dann halt versuche, da reinzudenken, was da dann weitergeht, dann komme ich dann halt doch relativ schnell auf so Sachen, die wir beispielsweise von Frédéric Constart gesehen haben, ja, mit dieser ultraschnell schwingenden, mit dieser ultraschnell schwingenden Unruhe, die, glaube ich, 100% aus Silizium besteht oder bestanden hat, einmal nur angestoßen wurde und halt auch so unfassbar schnell vibriert hat, wo ich mir dann aber die Frage stelle, wenn das Ding halt mal kaputt geht, dann wird da nichts repariert, das Ding wird ausgetauscht. Und ich denke, wenn wir jetzt, also alles, was halt jetzt noch was oben drauf legt, eine Schippe drauf legt an Performance, muss zwangsläufig so gestaltet werden, dass das Kunsthandwerk einbußen muss. Weil es nicht mehr, glaube ich, von Menschen Hand großartig besser gemacht werden kann. Weil dann müssen wir uns auf Technologie verlassen und in dem Sekunde, wo wir in so was wie mechanische Armbanduhren, natürlich Technologie ohne Frage, aber im Endeffekt ist es noch nach wie vor eine Handwerkskunst, eine mechanische Armbanduhr zu fertigen. In manchen Manufakturen mehr, in manchen weniger. Aber in der Sekunde, glaube ich, verlieren wir dann beispielsweise den Aspekt, ich habe eine kaputte Uhr und die kann einen Uhrmacher reparieren. Sondern dann ist es so, wir tauschen einfach das komplette Modul in der Uhr. Dann wird das quasi nicht mehr, dann ist es replaceable. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die würde natürlich die Performance der Uhren wahrscheinlich auf ein neues Level heben. Mehr Teile aus Plastik, aus Silizium für weniger Gewicht, für mehr Langlebigkeit, braucht keine Schmiere etc. pp. Aber Silizium und Plastikteile reparierst du nicht. Wenn die kaputt sind, wirfst du sie weg. Und das ist dann eigentlich, geht für mich dann entgegen dem, was eigentlich den Reiz von einer Luxus-Uhr oder einer mechanischen Uhr als solche ausmacht. Wenn du halt das nicht mehr warten und pflegen kannst von Menschenhand quasi. Und ich befürchte halt so ein bisschen, dass alles, was jetzt an Weiterentwicklung noch kommen würde, was Performance anbelangt, immer mehr Menschen Kunst entbehrlich machen würde. Was Materialien anbelangt, glaube ich, da geht noch einiges. Weil es gibt einfach unfassbar progressive Hersteller, Carbonfaser, Titan, Titangrad 2, Titangrad 5, Keramik. Ich meine, jetzt fangen ja die Leute erst mal an, die ganzen feinen Bearbeitungstechniken, die es für Edelmetalle schon gab, mal auf Edelstahl anzuwenden. Dann werden sie, wer weiß, wann sehen wir das erste gioschierte Gehäuse aus Keramik. Wenn dann Leute halt anfangen, irgendwie Keramik oder Titan zu gioschieren oder so. Ich meine, da haben wir ja auch wirklich noch vieles nicht gesehen. Ich denke, Omega ist dann auch ganz schönes Beispiel, was man halt machen kann, wenn man einfach mal anfängt, verschiedene Metalle ineinander zu verschmelzen. Kommen unfassbar coole Sachen bei rum. Und ja, wer weiß, was da noch in den Schmelzöfen der Hersteller so köchelt. Ja. Womit wir uns erst noch gar nicht vorstellen können, dass überhaupt eine Uhr daraus gebaut werden kann. Ja, also neben Omega fällt mir jetzt auch sofort IWC ein mit Ceratanium. Die haben gesagt, okay, Keramik, Titanium, lass mal beides zusammenmischen. Genau. Keramik grundsätzlich. Tudor, die ihre Leuchtmasse in Keramik gießen und dann quasi leuchtende Indizeblöcke. Also sowas finde ich halt geil. Das ist halt super. Ultra. Das ist wirklich, das schafft auch Begeisterung. Ich finde, das schafft Begeisterung bei mir zumindest, aber auch bei anderen Menschen, dass du einfach merkst, was da noch für eine Innovation drinsteckt in der Industrie, obwohl die auch einfach, ich meine, es ist immer noch ein, das ist ein Haifischbecken. Die Uhrenindustrie ist ein absolutes Haifischbecken und du hast ein paar richtig dicke, große Player, die vorgeben, wie es zu machen ist, wie es läuft. Aber am Ende, wir haben es in den 60er Jahren gesehen, wenn dann jemand aus Fernost kommt, eine neue Technologie bringt, das kann halt dann ganz schnell gehen. Was ist, wenn wir, was ist, wenn, zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, wir machen weiter Edelstahl, aber wir schaffen es, den Edelstahl so zu beschichten, dass der keine Kratzer kriegt. Du kannst eine vollpolierte Uhr haben, die niemals Kratzer kriegt. Ist doch nicht unmöglich. Ist das irgendwie eine Saphirbeschichtung oder was weiß ich? Die gehen dann in so ein Saphirbecken. Ja klar, ich habe keine Ahnung von Materialien, aber es wird doch irgendwann möglich sein. Oder eine Laserbearbeitung oder was weiß ich. Dann ist ja, hast du ja eine Uhr, die faktisch alles andere in den Schatten stellt. Weil du hast die Eigenschaften von Stahl, du hast den Look von Stahl, du hast das Gewicht von Stahl, aber du hast halt eine irgendwie unendliche, eine unendliche Wickershärte, die es am Ende dann irgendwie schafft, dass die Uhr einfach picobello ist. Und du verkaufst die irgendwann vielleicht, die erhält perfekt den Value. So wie das bei Keramik heute ist. Und dann sagen alle, ja, nee, kann aber brechen. We will see, ob die Keramik bricht. Aber diejenigen, bei denen Keramikgehäuse brechen, das sind auch diejenigen, bei denen Saphirgläser regelmäßig brechen. Also da gehört schon immer einiges dazu. Da musst du schon, der Lifestyle, den muss man natürlich auch mal sehen. Frage an dich, jetzt trägst du gerade Apple Watch und den Bogen muss ich nochmal kurz spannen. Unbedingt. Was wäre denn eine sinnvolle Mischung zwischen einer mechanischen Uhr und einer Smartwatch heute? Also ich finde, Tagheuer ist für mich am Thema vorbei, weil eine mechanische Uhr, die ist eine Smartwatch am Ende, die aber in einem etwas hochwertigeren Gehäuse ist und so ein bisschen den Look von der Karriere hat. Aber das ist für mich, das trifft nicht den Punkt, den ich gerne hätte, wo ich sage, das hat vielleicht die analytischen Features, die eine Apple Watch für mich hat, warum ich die Apple Watch zu schätzen weiß, aber ist alles trotzdem ein mechanisches Uhrwerk und die Energie für diese Sensoren, die da dran sind, kommen aus mechanischer Energie. So eine Kombination könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Vielleicht ist das irgendwie der nächste Schritt in der Schließe, dass da Sensoren drin sind, die mir im Alltag weiterhelfen. Was glaubst du wäre eine Cyborg-Uhr, die vielleicht so genau den Punkt treffen könnte zwischen Smartwatch und mechanischer Uhr? Wenn du mich jetzt so direkt fragst, habe ich da gar nicht so eine genaue Vorstellung von, sondern schließe mich eigentlich dir an und würde deine Aussage bezüglich Tagheuer wahrscheinlich noch so ein bisschen erweitern, dass ich glaube, dass das Projekt, mechanische Luxusuhren mit Smartwatches zu kombinieren, im Vorhinein eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Weil die Smartwatch und die mechanische Uhr wunderbar koexistieren können. Aber in der Sekunde, glaube ich, wo man probiert, sowas zu fusionieren, fällt einem auf, dass das Unterschiedliche eigentlich überhaupt nicht sein kann. Und das wäre dann der Hybrid, der dabei rauskäme, der wäre, ist in meinen Augen, immer das Schlechteste aus meinen Welten, wenn du mich fragst. Weil ich denke, der Reiz an der mechanischen Armbanduhr ist eben genau, dass sie nichts von dem ist, was das Smartwatch ist. Und umgekehrt halt genauso. Und in der Sekunde, wo man probiert, das Ganze zusammenzubringen, funktioniert für mich keines der Konzepte mehr. Und darum glaube ich, dass es besser ist, dass beides voneinander losgelöste Sphären haben, in denen die sich bewegen und wo dann auch die Entwicklung stattfindet, als dass man versucht, das zusammenzubringen. Weil ich habe, und da hast du ja mit Carcoyer, mit den Smartwatches schon was angesprochen. Frédéric Costin hatte ich eben vorhin auch schon mal die Marke angerissen. Die hatte das auch. Ich glaube, Hublot hat das beispielsweise auch. Es gibt das immer mal wieder. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages, entwickelt sich Technik wahnsinnig schnell. Und mechanische Uhren entwickeln sich wahnsinnig langsam. Und wenn man probiert, Technik und mechanische Uhren miteinander zu verbinden, dann wird die mechanische Uhr am Ende des Tages auch disposable, genauso wie die Technik. Weil eine Kette ist ja immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das schwächste Glied ist immer die Elektronik. Und dann hast du am Ende halt doch nur, dann hast du halt auch keine Langlebigkeit mehr innerhalb von einer mechanischen Uhr, weil halt die Elektronik innen drin eben in zwei Jahren outdated ist. Und darum beißt sich das, finde ich, für mein Befinden so ein bisschen. Was ich allerdings ja gesehen habe, es gab mal so ein, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, so ein Schweizer Startup-Unternehmen. Ich glaube, wir haben auch darüber geredet, die diese Chips, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen, mit denen man quasi auch kontaktlos bezahlen kann. Ja. NFC. NFC. NFC-C-Chips. Die haben Uhrengläser herausgebracht, die quasi einen NFC-Chip eingelassen hatten. Und du konntest quasi von deiner mechanischen Armbanduhr einfach das Uhrglas tauschen. Das heißt, es war dieselbe mechanische Armbanduhr, aber du konntest mit ihr bezahlen, beispielsweise. Und das macht die Uhr ja nicht automatisch digital, aber vielleicht ein kleines bisschen smart in einem Rahmen, den ich sagen würde, den könnte man durchaus noch vertreten. Ja. Dass man quasi diesen NFC-Chip in deinem Uhrglas einfach übers Handy aktiviert, ja, dass du deine, weiß ich nicht, Kreditkarte einfach an dein Uhrglas koppelst, aber du büßt ja dabei nichts ein von dem Erlebnis einer mechanischen Uhr. Aber ansonsten würde ich sagen, das ist vielleicht das Höchste der Gefühle für mich. Aber solche Punkte, ich glaube, dass da Möglichkeiten bestehen. Ich will jetzt nicht sagen, das muss passieren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du das Trageerlebnis einer mechanischen Uhr noch weiterentwickeln kannst, wenn du dann digitale Aspekte mit reinbringst. Sei es, also wenn ich jetzt, während du gesprochen hast, habe ich noch darüber nachgedacht, was denn in der Autoindustrie passiert. Da waren ja auch, ursprünglich waren das ja auch, waren die rein automatisch, rein mechanisch und haben dann vielleicht einen elektrischen Starter bekommen. Das war so der Anfang vielleicht. Mittlerweile machen die Bordcomputer ja auch Predictive Maintenance, dass du sagst, okay, ich weiß, wie viele Kilometer der gefahren ist, wie es der Zündkerze geht, wie der Reifendruck ist. Vielleicht ist es ja auch so was, dass du die Lebenserhaltung deiner Uhr verbesserst. Vielleicht sind es Sensoren innerhalb des Uhrwerks, die dir sagen, hey, es sind zwar acht Jahre durch, aber keine Sorge, die Uhr hat mindestens noch zwei Jahre in deinem aktuellen Trageerlebnis. Guter Gedanke, ja. So was, dass du so ein bisschen die Service-History vielleicht auch dokumentierst dadurch, um auch am Ende den Sekundärmarkt vielleicht einen Ticken vertrauenswürdiger zu machen und zu sagen, hey, pass auf, unsere Uhren sind besser als die anderen. Dadurch musst du längere Service, hast du längere Service-Intervalle und wir sagen dir genau, wann das Service-Intervall passiert. Einfach nur laut gedacht, ja. Aber wenn du so eine solche, so was hast, weil der Vorteil ist ja, immer wenn die Uhr getragen wird, wenn die Uhr läuft, hat sie Energie. Das heißt, dann immer wenn die Uhr läuft, steht auch Energie bereit, für so einen Sensor zu arbeiten. Klar. Vielleicht bin ich jetzt, ja, komplett. Ich meine, wenn man ehrlich ist und wir uns mal die Spring-Drive-Technologie betrachten, da speist ja im Prinzip ein mechanischer Rotor einen Capacitor und einen Stepper-Motor im Prinzip, der dann halt quasi über eine Spule das Uhrwerk antreibt. Ich meine, dass Energie da vorhanden ist, die man auch dann sich nutzbar machen kann. Was ich zum Beispiel auch ganz cool finde, ist, wenn man das Ganze vielleicht mal ein bisschen anders denkt und ich denke da an die Tudor Pellagos zum Beispiel, ja, und an die Innovation, in deren Schließe. Das ist natürlich auf eine mechanische Art und Weise eine smarte Schließe, die sich da im Handgelenk anpasst, aber halt natürlich rein mechanisch gelöst, ne. Wobei ich da auch sagen würde, das ist auf jeden Fall auch eine smarte Technologie, nur halt eben keine elektrogestützte. Ich finde es übrigens ganz witzig, habe ich jetzt auch darüber nachgedacht, gerade wo wir die ganze Zeit die Analogien zu den Autos ziehen und in puncto Elektromobilität und Verkehrswende, dass wir ja gerade auch sowas erleben, wie die Quarz-Revolution nur auf dem Automarkt. Es ist ja eigentlich die mechanischen Autos, sag ich mal, ja, die Verbrennermotoren, die werden verdrängt von Quarz-Autos, die jetzt das Feld übernehmen. Im Prinzip dauert ein bisschen länger, ne, wegen der Infrastruktur und all sowas. Bei Uhren ging das alles ein bisschen schneller und die Elektroautos sind ja de facto auch deutlich teurer, das heißt, du hast noch nicht alle Vorteile, sodass es nicht ganz so disruptiv ist, wie es damals bei der Quarz-Krise war, aber absolut. Und ich glaube, es gibt noch genug Raum für Weiterentwicklung, sodass es einfach spannend sein wird in den nächsten 10, 15 Jahren. Ohne, also es muss natürlich nicht gesagt sein, die mechanische Uhr, wie wir sie heute kennen und wie sie auch schon lange besteht, wird natürlich weiterhin da sein. Also brauchen wir uns darüber zu unterhalten. Die Überlegung ist ja, wie kann man digitale Elemente nutzen, um die Uhren und das Uhrenerlebnis, ist ja mit dem Serviceintervall zum Beispiel der Fall, einfach noch besser zu machen. Das ist ja am Ende die Frage. Ja. Wenn du in 12 Jahren bei Ärzte ohne Grenzen in Afrika unterwegs bist, welche Uhr wirst du dann tragen? Ich denke, eine... Im Busch, mit so einem Leichtflugzeug, weißt du, musst du vier Stunden in die Savanne, in die... Ich bin mir relativ sicher, ich würde eine Sportstahl-Modell mit GMT-Funktion. Das wäre mein Go, glaube ich. Ja? Es ist robust, zuverlässig. Hast du da aktuell ein Modell? Ja, wobei das natürlich jetzt gerade genau das Gegenteil ist von dem, was man an Anforderungen für so ein Abenteuer stellt, aber was ich, die schönste Uhr für mich aktuell, weil ich sie auch schon die Freude hatte, sie am Handgelenk zu tragen, darum beurtele ich das mal aus der Perspektive, ist die jetzt dieses Jahr vorgestellte Rolex GMT Master 2 Bicolor am Jubiläarmband in Stahl und Gold mit der Schwarz-Anthraziten-Lünette. Krass. Das war so ein Effekt, den ich hatte. Ich habe diese Uhr, die war dann verfügbar in meiner Studienstadt im Konzessionär. Ich habe sie ans Handgelenk angezogen und es hat sich angefühlt, als wäre diese Uhr für mich gegossen worden. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass mir eine Uhr so gut passt. Und ich hatte auch schon andere, ich hatte auch schon andere GMT Master 2 Modelle am Arm, aber es war so insbesondere, es war so, das Gewicht war perfekt, die Proportionen war perfekt, aber auch die visuelle Balance durch diese dunklen Farben auf der Lünette kombiniert mit dem Stahl und dem Gold, da hat einfach alles gestimmt. Visuell, haptisch, das war der absolute Wahnsinn. Da dachte ich echt so, alter Schwede, schnell das Heckzack abreißen und rennen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange die an deinem Handgelenk bleibt, wenn du in Afrika unterwegs bist, bin ich ganz ehrlich. Deswegen würde ich dir wahrscheinlich abraten. Sie bleibt halt auch wahrscheinlich nicht schön über eine lange Zeit. Aber um vielleicht dabei zu bleiben, so eine Tudor, so eine Tudor, Black Bay, GMT. Das wäre ein gutes Ding beispielsweise. Cool, cool. Die alte. Severin, Frage, wie geht es jetzt für dich in den nächsten Monaten und Jahren weiter? Also, wir haben immer schon darüber gesprochen, du weißt, alter stärkt dir den Rücken, die Community stärkt dir auch den Rücken. Bin ich auch sehr dankbar für. Das heißt nicht. Immer, immer. Und es ist auch, ich sag mal, das Zuhause, oder hoffentlich das Zuhause, genauso wie wir das Zuhause für alle Uhren-Enthusiasten sein wollen, mit Content, aber auch mit am Ende natürlich mit Beratung und mit Kauf und mit Service und wie auch immer, möchten wir auch für dich natürlich das Zuhause sein und bleiben. Was können wir vielleicht, um hier volle Transparenz zu geben, auch der Community in Zukunft erwarten? Und was wird so, einfach um auch realistische Erwartungen auszusprechen? Also, was ich auf jeden Fall beibehalten werde, sind die Livestreams und die Sekundenstops. Weil, du hast es vorhin am Anfang und so schließt sich, glaube ich, auch ganz schön der Kreis, hast es angesprochen. Ich bin nur einige Wochen nach dir alter beigetreten und wir beide haben ja quasi das Marketing-Team gegründet, ja, und dann auch im Prinzip hochgezogen mit unseren Ideen und unserer Arbeit und unserem Tun und unserem Schaffen. Und der Sekundenstopp war ja von Anfang an so mein Herzensprojekt und das war so mein Baby und das fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass ich da irgendwann nicht mehr mit involviert wäre. Ein weiteres absolutes Highlight ist für mich die Interaktion mit unserer Community in den Livestreams. Deswegen würde ich das auch ungern abgeben wollen. Was sich wahrscheinlich ändern wird, ist das Format des Ganzen, zumindest in Teilen, weil ich nicht weiß, in welchen Intervallen wird man es denn schaffen, wenn man dann erst mal Vollzeit im Beruf ist. Deswegen wird sich da wahrscheinlich ein klein bisschen was umstellen, aber im Kern würde ich sagen, das ist das, was man auf jeden Fall in Zukunft noch erwarten kann, dass ich in puncto Berichterstattung, visuell und in Form unserer Blog, also des Sekundenschlosses auf unserem Magazin da auf jeden Fall alter noch erhalten bleiben werde. und ohne das vorher abgesprochen zu haben, da du ja demnächst dann auch in Köln oder du bist ja jetzt schon auch dann mehr in Deutschland, aber dann dein Studium auch in Bulgarien abgeschlossen hast, vielleicht ist das ja auch die Möglichkeit da noch ein bisschen mehr in den physischen Austausch mit dieser Community zu kommen und auch da den Austausch. Ich war das letzte Mal ja erstmalig bei unserem Community-Event zugegen und das hat mir zum Beispiel auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja, das war toll. Ja, und das war relativ, ich sag mal, spontan und entspannt vorbereitet und produziert, sowas sollten wir definitiv mehr machen, wir wollen mehr Community, wir wollen mehr Austausch und ja, da gibt es noch viel Potenzial, glaube ich, auch für alter. Danke dir für die Zeit, lieber Severin, das hat wie immer großen Spaß gemacht, wir haben viele Themen besprochen, ich glaube auch der eine oder andere Tipp gut dabei rumgekommen ist und ein bisschen kritische Gedanken auch mit dazu gebracht, ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Sache, abonniert den Podcast unbedingt, ob auf YouTube, ob auf Spotify, auf beiden Plattformen könnt ihr ihn finden, abonnieren, schauen, auch die anderen Episoden sind top und ich bin froh, dass ich, ja, den Household Name, den, das quasi Gründungsmitglied vom Marketing Team mit dabei haben konnte, Severin, danke dir, viel Erfolg weiterhin mit dem Staatsexamen und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, herzlichen Dank für die Worte, danke für die Einladung, macht mir immer sehr, sehr viel Freude mit dir zu quatschen, machen wir eigentlich viel zu selten, deswegen hoffe ich in Zukunft, dass wir es noch das ein oder andere Mal schaffen, uns zusammenzusetzen. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß, macht's gut, bis dahin und bleibt uns treu. Ciao, ciao.